Vorüber und dann links. Bis zum nächsten Mal. Willkommen auf der Golden Gate Bridge. Zur linken Seite seht ihr das Zipper System. Es wird immer verschoben, dass man heute Morgen mehr Spuren hat, die rein fahren als raus fahren. Ich fahre jetzt mal auf die rechte Spur rüber. San Francisco Bay. San Francisco kann man sehen. Die berühmten roten Pfeiler. Jetzt sieht man, dass hier rechts die Fahrradfahrer sind heute. Vielleicht noch Wochenend gesperrt. Ja, vielleicht Mischverkehr oder sowas. Deswegen ist er gar nicht so aufgeregt. So, ich muss hier rechts gehen. Ja, wir müssen hier rechts gehen. Ja, wir müssen hier rechts gehen. So, wenn ihr das sehen könnt, da vorne im Nebel, da liegt San Francisco und man sieht möglicherweise noch die Brücke hier vorne. Börning. 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 Steht ja nicht, dass man hier runter nicht runter... Nein, nein. 18% Steigung. Habt ihr das gesehen? Und da links ist wieder ein riesen Pott. Guck mal da an. Das ist jetzt mal wirklich ein kurzer Container für. Das ist jetzt schon mal passiert. Jawohl, jetzt haben wir das bei dem schon heißen Pott. Das ist ja wohl. Fahre mal hin, machen wir auch. Keine. Bollaring. Bollary. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, guck mal, hier kann man richtig reingehen. Oh, scheiße. Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. So, hallo, hallo, lieber Jan. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.